Wer ist denn Koch eigentlich? Das sind die hier. Koch ist leidenschaftlich. Koch ist motiviert. Koch ist ordentlich. Koch ist jung. Ich bin erst seit 30 Jahren hier. Koch ist dynamisch. Jetzt mal ehrlich. Koch ist ein Unternehmen mit langer Erfahrung im Bau von Holzbearbeitungsmaschinen für die Möbelindustrie. Und das seit über 60 Jahren. In der dritten Generation. Und sitzt im wunderschönen Leopoldshöhe. Kennt ihr nicht? Das liegt neben Elpo. Wo? Das ist in Ostwestfalen-Lippel, einer der stärksten deutschen Wirtschaftsregionen. Das ist übrigens der kleine Hermann. Bei uns sind wir alle nur Nummern. Woher, Hermann? Und das? Das ist der große Hermann. Das Wahrzeichen unserer Region. Die nächstgelegene Niederlassung ist übrigens in... Atlanta. Schon seit 1986 vertritt das Team in Atlanta den Verkauf und Service von Kochholzbearbeitungsmaschinen für ganz Nordamerika. Du bohrt ein Treibemachin. Kochansprechpartner gibt es aber weltweit. Wo denn noch, Anna? Spanien, Portugal, Australien, Polen, Österreich... Okay, okay, okay. Schon verstanden. Überall. Die Kochgrub besteht aus insgesamt vier Unternehmen, die jeweils auf ihrem Spezialgebiet agieren. Lebring? Und was ist Lebring? Das ist Lebring. Wir bauen Spezialmaschinen für die Türen, Zargen und Möbelindustrie. Sonder ist unser Standard. Genau. Die Kochgrube ist bekannt für besondere Maschinen auf Kundenwunsch. Und besonders kannst du auch? Dann ist Koch wohl der beste nächste Schritt für deine Karriere. Wir sind Koch. Bist du auch Koch? Dann bewirb dich jetzt. Musik Untertitelung des ZDF, 2020